dual studieren ist sehr spannend es ist neu es ist innovativ es ist sehr praxisorientiert und man lernt einfach nur so viele dinge die man sonst als nicht dualer vielleicht nicht lernen würde ich habe mich dazu entschieden dual zu studieren weil ich mich von der großen masse der studenten abheben wollte und später einen leichteren einstieg ins berufsleben haben will da bietet das duale studium mit der möglichkeit gleich das gelernte in der praxis anzuwenden die beste möglichkeit für mich also ich sehe meine chance in der dualen studienvariante darin dass ich in kurzer zeit in vier halb jahren zwei berufsabflüsse erwerben kann nämlich den bachelor und den industriemechanikerabschluss und dadurch habe ich einfach bessere qualifikationen als andere studenten ich krieg einblicke in den unternehmen von anfang an ich bin integriert ich lerne das unternehmen kennen kann danach sofort als vollwertige arbeitskraft tätig werden und habe dadurch einfach einen vorsprung von den anderen studenten und somit bessere berufsaussichten die idee gesundheitswirtschaft dual zu studieren kam ich auch von der hochschulseite ich wollte ein kontinuierliches gehalt haben ich wollte mehr praxiserfahrungen sammeln und ein bisschen schon den fuß in der tür im unternehmen habe ich glaube dass ich durch das duale studium zum einen schon sehr interessante erfahrungen in der firma haben werde und zum anderen später durchaus chancen auf eine führungsposition haben werde durch die studienvariante im verbund studium habe ich die möglichkeit gleich nach dem studium im betrieb wieder einzusteigen ich kenne den betrieb schon und habe dadurch einfach bessere chancen sehr schnell aufzusteigen auf meinem weg des dualen studiengangs hat mir sehr geholfen zum ersten das unternehmen und zum zweiten die hochschule an sich mit professoren die sich wirklich sehr dafür einsetzen dass es alles klappt für mich ist das duale studium deutlich entspannter weil ich mich während des semesters komplett auf mein studium konzentrieren kann und mich nicht zum beispiel für bachelor arbeiten oder für mein praxissemester bewerben muss da ich das natürlich in meinem unternehmen machen kann für mich trägt zum erfolg meines dualen studiums einerseits mein ehrgeiz meine leistungsbereitschaft bei und auf der anderen seite natürlich die unterstützung von unternehmen wenn diese einen dann in den praxisphasen nicht unterstützen hat das ganze ja eigentlich wenig wert also einerseits muss man selber eben sehr leistungsfähig sein und andererseits ist es gut wenn einen das unternehmen dabei unterstützt von einem dualen studenten erwartet man vielleicht ein bisschen mehr ein bisschen mehr organisation ein bisschen mehr struktur und ein bisschen mehr durch die vermögen und das macht sich auch richtig gut im lebenslauf was mir bei meinem dualen studium sehr hilft ist dass es immer jemand an der hochschule gibt zu dem ich gehen kann und das für uns duale studenten immer eine offene tür bereitsteht aber man merkt einfach man ist etwas besonderes gerade im gespräch mit anderen die sagen wow das ist das dual und das ja gibt einem schon ein besonderes gefühl